Und was meinen Sie? Welcher Duft passt nun am besten zu mir? Bei Ihren Sommersprossen und Ihrem sonnigen Gemüt kommt nur eines in Frage. Sommerwind von Yves Blanc-Montair. Wie für Sie gemacht. Wow, danke. Bitte. Hi, mein Schatz und ich, wir sind auf der Suche nach einem neuen gemeinsamen Lieblingsparfum. Einem Unisex-Duft für uns beide. Dabei kann ich mir überhaupt nichts vorstellen, was noch schöner duftet als du, meine Süße. Oh, du bist so süß. Haben Sie einen Duft, der unsere Liebe beschreibt? Ich glaube, ich habe da genau das Richtige für Sie. Junges Glück, unser Klassiker von Kai Lagermann. Sehr süß, etwas aufdringlich und verfliegt leicht. Wunderbar. Das probieren wir gleich aus. Hey, wenn du ein bissel was mit deinen Haaren machst und Fitnessstudio, weißt du, wer die Oberschenkel, da würde mir das glatt überlegen, ob das etwas werden könnte mit uns zwei. Aber deine Glocken sind super. Die kannst du für mich mal leiten lassen. Aber zuerst zum Geschäftlichen. Ich suche halt einen Hernduft. Weißt du, für so einen Typen wie mich? Hörst du da was? Für so einen Typen wie Sie kommt eigentlich nur eins in Frage mit Ihrer Ausstrahlung und Ihrem Auftreten. Moment, ich habe es in der untersten Schublade. Arschloch von Lakotz ist eigentlich ein Auslaufmodell, aber bei manchen Männern noch sehr gefragt. Wir haben immer noch was davon in der Resterampe. Ja super, das nimm ich. ARSCHLOCH von Lakotz, der Duft für den Mann von vorgestern. Gelegt mich da oben, Arsch. Was, war es so, dein Urlaub, vorgestern. Und ich habe es mit dem Lernhof, das lernhof und dort war. Wie war das Witz für die Reste? Für die Reste ist ein Kind. Untertitelung des ZDF, 2020